Kann ich das Geld überweisen? Du kannst es bestätigen. Das kann ich bestätigen. Warum willst du das Geld überweisen? Ich will einen Vogel sehen. Wollen Sie das Geld überweisen? Wir können überweisen. Das bestätigen. Sie können nicht sehen. Ich kann nicht für euch bezahlen Wir müssen immer mehr bezahlen. Ich will meine zweiten Großvater sehen. Ich will ein Hähnchen essen. Ich will ein Hähnchen essen. Hähnchen. 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 Hähnchen.